Hallo Chef, guten Morgen. Chef, ich war heute beim Arzt wegen Rückenschmerzen. Genau, weißt du, was er sagt bei mir? Der wollte mir eine Woche krankschreiben. Ohne Spaß, Chef. Ihr Haus flippen. Wirklich. Ich hab so, warum, was passiert? Haja, sagt er, ihre Wirbelsäule eine Stelle Durchfall haben. Vorfall, Vorfall, genau, genau. Ja, und? Bisschen kaputt, wo ist das Problem? Wie viele Wirbelsäule haben meine Wirbelsäule? Der sagt 33, 34. Da hab ich gesagt, und wegen einer kaputten soll ich jetzt zu Hause bleiben, oder was? Und was machen meine Baustellen? Was passiert mit meinen Schaufeln? Arbeit kann warten, sagt er bei mir. Ihr habt ein Junge, Rücken kann warten. Wirbelsäule kann warten. Baustelle muss fertig sein. Nächste Woche neue Baustelle anfangen. Also, Chef, ich nie wieder zum Arzt gehen. Ohne Spaß. Und dann sagt er bei mir, zu Hause eine, zwei Wochen bleiben. Ein bisschen erholen, deine Rücken. Ja, vielleicht, vielleicht meine Rücken erholen, hab ich gesagt. Aber mein Kopf kaputt, weil meine Frau auch zu Hause und der nichts mehr sagen, Chef. Ich aufstehen und gehen. Ich nie wieder zum Arzt gehen, ohne Spaß. Und du schon lange nichts mehr geben hast. Hast du recht, Chef, wirklich. Aber du nächste Woche Schmerztabletten kaufen, okay. Und bei Tisch lassen. Denn jeden Morgen vor Frühstück keine Schmerztabletten nehmen. Denn egal was passiert, keine Schmerzen spielen. Hast du recht, Chef, wir machen so besser. Dann unsere Ruhe haben. Alles klar, Chef, dann bis morgen. Ciao, ciao.